Fernbeziehung stärken, wie macht man das? Dieses Video ist für Isabella und Isabella ist eine unserer Kanal-Member und hat sich dieses Thema heute gewünschen. Wie kann man eine Fernbeziehung stärken? Was kannst du tun, wenn dein Traummann weit weg wohnt? Wenn du auch möchtest, dass ich für dich, für dein Thema eine persönliche Antwort hier auf YouTube veröffentliche, dann schau dir unsere Kanal-Mitgliedschaften an. Du findest da unten einen Button, da kannst du klicken und kannst dich über alles informieren. Es gibt ein paar Dinge, die du unbedingt berücksichtigen solltest. Und zwar, das allererste und vielleicht das wichtigste ist, du musst dir zu 100% sicher sein, dass du diese Beziehung willst. Es funktioniert nicht, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, die eben Herausforderungen hat, wie große Distanz, wenn man nicht zu 100% diese Beziehung will. Ich habe ein wunderschönes Beispiel aus meinem Bekanntenkreis. Das ist ein Ehepaar, die sind mittlerweile 25 Jahre verheiratet. Und er war bei der Navy, das heißt Soldat auf einem Schiff unterwegs. Und das war vor 25 Jahren, wie die sich kennengelernt haben. Und er war sechs Monate im Jahr am Schiff unterwegs. Und da gab es noch nicht wirklich Internet und da gab es noch nicht wirklich Handy und da gab es kein FaceTime und so weiter. Das heißt, die hatten wirklich Kontakt über stinknormales Telefon oder über Briefe. Und sie haben wirklich gesagt, was für sie relevant war oder was so wirklich der Punkt war, warum ihre Beziehung funktioniert hat, war, dass sie das beide zu 100% wollten. Und wenn du dir nicht sicher bist, gibt es dann andere Techniken, über die wir dann noch sprechen können, um das Ganze zu, die Bindung zu stärken. Aber im Endeffekt, wenn sich Leute nicht 100%ig füreinander entscheiden, dann funktioniert es nicht. Und da gibt es ein schönes Beispiel von Netflix. In der letzten Zeit habe ich wieder ein bisschen zu viel Netflix geschaut. Da gibt es diese total crazy Sendung, die heißt Elite. Kennst du die? Da geht es um eine Schule. Und natürlich schauen alle in der Schulklasse total super aus. Sie sind alle Models, die Männer und die Frauen und alle sind reich. Aber was da interessant ist, es gibt eine Fernbeziehung zwischen Guzman, dem Schüler und Nadja. Und Nadja studiert in New York, sie ist jetzt weggegangen und sie haben eine Fernbeziehung. Und bei den beiden funktioniert das nicht einmal fürs erste Jahr, weil Guzman sich plötzlich nicht mehr sicher ist, weil es Probleme gibt. Zum Beispiel treten da Probleme auf, dass sie mal den Termin fürs Telefonat verschiebt. Oder er hat das Gefühl, er muss sich ständig nach ihr richten und es tauchen Probleme auf. Aber anstatt diese Probleme mit ihr zu besprechen, nicht? Könnte man jetzt sagen typisch Mann, aber was nicht? Das ist vielleicht eine fahre Wanderung. Aber anstatt die Probleme mit ihr zu besprechen, beginnt er sich emotional von ihr zu entfernen. Und flirtet dann mit einer anderen und schlussendlich beenden die beiden die Beziehung. Ob die dann später wieder zusammenkommen, weiß ich nicht. So weit bin ich noch nicht mit der Serie. Im Endeffekt trennen sie sich, weil er nicht hundertprozentig dahinter steht und auch, weil Probleme nicht angesprochen worden sind. Der zweite Punkt, der wichtig ist für eine Fernbeziehung, ist, dass es ein Enddatum geben muss. Du musst wissen, wann ziehen wir zusammen oder wann ziehen wir in die gleiche Stadt. Also wann ist diese Long-Distance-Geschichte quasi vorbei und wir können eine richtige Beziehung miteinander führen. Natürlich macht man das dann, wenn man sich sicher ist, dass man diesen Menschen will. Aber selbst wenn ihr einander noch nicht so lange kennt, es muss irgendwo eine Möglichkeit geben. Das muss jetzt nicht fix sein. Wenn das jetzt eine frische Beziehung ist, musst du jetzt nicht heute einen Termin vereinbaren, wenn du zusammenziehst. Aber man kann mal so träumen, man kann mal Zukunftspläne machen und sich vielleicht überlegen, in welcher Stadt würden wir überhaupt gemeinsam wohnen wollen. Tipp Nummer drei für eine Fernbeziehung. Auch wenn man nicht am selben Ort ist, kann man Dinge gemeinsam unternehmen. Man kann, und das habt ihr ja gesehen, war auch im Lockdown so möglich. Man kann gemeinsam Filmen schauen, man kann gemeinsam kochen, man kann gemeinsam spazieren gehen, man kann wirklich Aktivitäten miteinander machen oder Games, Online-Games und solche Dinge miteinander spielen. Und das ist etwas, was jetzt heutzutage, nach dem, was wir alles erlebt haben, 2020 und so, ist es für die meisten Leute eh viel normaler, dass man viel online miteinander macht. Und das braucht es, um so dieses normale Beziehungsgefühl zu haben. Und weil wir schon über Aktivitäten sprechen, meine Tochter, also meine ältere Tochter, die hat mit ihren Freunden gemeinsam Fernsehen geschaut. Also die haben sich wirklich über Zoom oder FaceTime oder so haben sich angerufen und haben sich gemeinsam Germany's Next Topmodel angesehen. Und zum Thema Aktivitäten, welche Ideen hast du, was würdest du tun in deiner Fernbeziehung, um miteinander schöne Aktivitäten zu erleben? Hinterlass mir einen Kommentar, lass uns ein paar Ideen sammeln. Vielleicht ist da ja was dann dabei, das dich in deiner Beziehung unterstützt. Tipp Nummer vier, Zukunftspläne. Total wichtig, planen. Ich meine, es ist in jeder Beziehung wichtig. Du kennst das ja von, jetzt im negativen Sinne kennt man das bei dem Lovebombing und bei den Narzissten, die dir irgendwelche Zukunftspläne machen und die dich heiraten wollen und so, obwohl sie dich kaum kennen. Aber in einer gesunden, glücklichen Beziehung, Pläne sind extrem wichtig. Sich auf etwas freuen können, das Wiedersehen planen. Wenn dein Freund mit dir keine Zukunftspläne macht, kein Wiedersehen geplant ist, würde ich es ganz ehrlich direkt ansprechen. Ich würde einfach fragen, was los ist oder wie er sich fühlt oder was ihm durch den Kopf geht und warum er sich ein Wiedersehen im Moment nicht einplanen kann oder einplanen will. Du weißt ja, ich sage immer, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und dann Punkt Nummer fünf, es braucht eine Menge Selbstvertrauen in einer Long-Distance-Beziehung. Du brauchst Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das Wissen, dass du eine tolle Frau bist. Das Wissen, dass das klappen wird, weil wenn du unsicher wirst, wirst du eifersüchtig. Wenn du eifersüchtig wirst, gibt es Drama. Mangelndes Selbstvertrauen führt im Endeffekt zu Drama in der Beziehung. Und das hatten wir im Coaching auch schon, die Geschichte kennt ihr vielleicht schon, wo es in der Fernbeziehung zu ständigen Streitereien kam, eben weil die Frau verunsichert war, eben weil sie einfach nicht wirklich erfüllt, nicht glücklich war mit dem, so wie es war. Aber anstatt, dass die beiden eine Lösung gefunden haben, haben sie ständig gestritten und dann gab es eine Trennung. Gott sei Dank konnten wir die Sache dann am Schluss wieder retten und heute sind die beiden verheiratet. Aber es war eine riesen Herausforderung für sie. Also Selbstvertrauen und Sicherheit ist total wichtig. Nächster Punkt, regelmäßige Calls und regelmäßige Treffen. Aber, und das passt jetzt auch gut zu dem anderen Punkt, der jetzt noch kommt, nämlich zum Regeln und Grenzen definieren. Das mit den regelmäßigen Calls und Treffen muss man miteinander wirklich besprechen. Und es kann sein, dass jemand weniger Bedürfnis hat, zu telefonieren als der andere. Dann ist das etwas, worüber man sprechen muss. Es muss eine Lösung gefunden werden, die für beide Leute passt. Aber Regelmäßigkeit ist extrem wichtig, weil sonst verliert sich ja auch irgendwie die Bindung, sonst verliert sich ja die Vertrautheit. Und jetzt zum letzten Punkt, Grenzen und Regeln definieren. Manchmal haben wir Angst, dem anderen zu sagen, was uns stört. Wir haben Angst zu sagen, was wir uns wünschen. Gerade Frauen haben das oft. Und ich kann mir schon vorstellen, oft durch Videos oder Tipps, die du so kriegst, denkst du dir, oh, ich darf nicht so viele Ansprüche stellen, sonst ist der Mann gleich weg und so. Also nein, das kommt wirklich auf den Kontext an, wo dieser Tipp gegeben wird. Wir sprechen hier von einer fairen Beziehung. Wir sprechen nicht von einem fairen Flirt mit jemandem, den man noch nie gesehen hat. Wir sprechen von einer fairen Beziehung. Und in einer Beziehung solltest du definitiv alle deine Gefühle äußern können. Du solltest dich trauen können, auch Grenzen zu kommunizieren, zu sagen, was dich stört, was dich verletzt, was du dir wünschst und was du brauchst. So, meine Lieben, das waren meine sieben Tipps für eine glückliche Fernbeziehung. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn du mehr wissen willst über das Thema Verführung, Beziehung aufbauen, flirten, ich habe ein kostenloses E-Book für dich, das heißt Pandora's Geheimnis. Das kannst du runterladen hier unten, glaube ich, und auf jeden Fall ganz unten in der Beschreibung. Kannst du dir das holen in Pandora's und in Pandora's Geheimnis erfährst du dann, wie Lea ihren Traummann erobert hat. Also dann, meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.